herzlich willkommen meine damen und herren zu einem neuen spiel ich hier ändern schrottsammler das bringen mir halt bibel Buh, 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 buh. Endes? Geil. Ich brämme mir halt hier. Wird es nicht noch das Lichtschwert? Manchmal kann man das Lichtschwert auch anpassen. Kommen sie wahrscheinlich noch. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalten wir die Eins. Ich komme. Hey. Ongeart. Der Mann hat hier vor einiger Zeit gelebt und in diesem Vorratsschrank Lebensmittel aufbewahrt. Geil. Aua. Das hier. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Du bist ein kleiner Hund. Schon gut. Oh, süß. Schön. Der Scamp-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gefälle? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also. Erstmal müssen wir irgendwie von ihr wegkommen. Voll süß. Willst du für dich nach oben klettern? Nee, ich glaube nicht. Okay, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich bin schon selber raus. Sehr eng. Es wird schon gehen. Ah, das ist cool. Das tut sicherlich weh. Ja, mir geht's gut. Au. Halt. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Cool, wenn es so ein cooler... Okay. Hier, komm an Bord. Das ist immer noch wie so ein kleiner Mini-Hund. Tja, wie kommst du hierher? Das willst du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? So, so ein Shortcut. Äh, zwei. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Und hier wurde es auch gesagt. Mr. Captain Obelius. Die große Kluft. Du hast alles kartografiert. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Okay. Aha, eine Kiste. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wo willst du hin? Was ist es? Dämmerung auf Boku. Ah, eine Kleidung. Ich meine, wir können da hauptsächlich Punches freischalten. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Ähm, äh, jemand hat hier für einige Zeit gelebt und, ne, Werkzeuge eines Reisenden, der das geheimnisvoll Gewölbe erreichen wollte. Irgendwie, glaube ich, muss ich das nicht vorlesen. Sagt's ja schon. Na, war's gerade immer schnell genug. Sorry. Oh. Nee, hilf mir! Nein. Nein. Wenn du stirbst, verlierst du alle seit deiner verletzten Fähigkeitspunkte erhaltenen EP. Füge einem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, um deinen Follower-Emp zurückzuhalten und deine Lebens- und Machtansage Maxima zu füllen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder von ganz nach vorne anfangen. Ich hoffe, er hat diesen Eincheckpalt mitgenommen. Ich habe vergessen, dass ich die Gegner verlangsamen kann. Ich setze verlangsam ein, um die Zeit zur Heilung zu versch- Achso, ich muss A drücken. Ich wollte euch jetzt auch eigentlich noch mal zeigen, wie der totes Bildschirm aussieht. Ach, diese Ladezeiten. Es ist so schön und gut, wie hübsch die Spieler aussehen, aber die Ladezeiten werden halt immer länger und länger. Es wird langsam echt mal Zeit, dass die neue Konsole rauskommt. Mit einer extrem weniger Ladezeit und so. Ich muss mich anscheinend wirklich echt in jeden Speicherpunkt hinsetzen. Das finde ich behindert, aber naja. Ich darf darüber laufen, reicht auch, aber nein. Es ruckelt ganz schön stark, das Spiel, muss ich sagen. Ich habe ja noch mal gesagt, es sollte reichen. So, da sind zwei. Round two. Die Tür hat nicht geklappt. Okay, ich habe die, ich muss zugeben, es ist einfach mal raus, 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 raus. Ach, Digga. Mann, ach man, es kotzt mich jetzt schon wieder an. Roter Angriff, musst du ausweichen. Ich weiche sie aus und kriege sie volle Kanne ab. Klatscht er mich in die Wand, hält mich fest, alles tun und dran. Leute, ich will diesen, ich will den töten. Ich sage es euch, diesen, ne, dann lasse ich nicht vorbei. Ich bin sogar mittlerweile Level ab geworden, weißt du. Dieser, dieser Skillpunkt, der reißt es jetzt raus. Ich schalte sowas frei, wie macht 10% mehr Schaden gegen Monster, gegen Frösche. Ich kann mich eigentlich, wenn du Felix aber abbrechen, was ist in der Kiste. Nein. The Loop. Was ist dasar? Schau. Haha! Ich sehe nach. Easy. So macht man das. So, ich weiß nicht wo ich bin. Ja. Es sind ja viele Spälerbundchen hier. Ich weiß. Chill mal. Okay. Kai springt nach vorne und aktiviert sein Ziel Springen während des Springs um Sattelt über das Ziel zu machen. Kai jetzt maximal Leben erhöht sich. Ähm, maximal Macht erhöht sich. Was kriegt denn hier dann so? Hm. Machen wir das. Ein bisschen halten. Das sieht doch voll geil aus. Leute, das sieht doch aus. Das Problem ist, ich weiß noch nicht aktuell, wie überhaupt hier rumlaufen sollten. Da geht noch Stärke her. Ich seh's mir an. Ich seh's mir an. Ich seh's mir an. Okay. Okay. Kleine Erkundungstummer eben machen. Ist ja auch leicht auf den World. Eingelegt. Ja, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen, dass dieses Wand laufen können. Das können wir aber nicht. auch nicht weiter ohne Wandlauf. Wir kommen eigentlich allgemein wieder hoch. Gibt das überhaupt? Das ist auch so impossible. Hm. Hm. Was sollen wir denn reingehen? Der wird doch die ganze Zeit hier davon schon machen können. Siehst du was da drin? Mhm. Hm. Das ist besser. Versuch's erneut myös. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Darf ich? Auf und springe auf Feuchtwinde, um dann langzulaufen. Gut, nochmal. Jetzt, komm her zu mir. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Oh ja. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Jetzt kommen wir da lang. So, jetzt können wir auch die Kiste öffnen. In diesem Bereich wurde meditiert von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Surfen sie ja wieder komplett neue Wege. Ich bin sehr viel dieser Elemente, da wird man sich dran gewöhnt. Damit das Spiel einen sagen kann, vergisst es ja nicht. Neues Lichtschalter erhalten. Ja, das ist auch cool. Das Problem ist, wir schalten uns scheinbar den Lichtschwert nicht hier an. Hör, hab ich gerade Spacker gelesen. Nö. Du kannst Lichtschwertteile auf der Werkbank in allen Teilen der Galaxie zum Beispiel das austauschen. Ähm. Ja, moin. All right. Ähm. Da hoch müssen wir. What the fuck? Das wäre wohl lang müssen. Okay, das ist halt nicht so eine Range. Diese Mistyker. Die Rege hinterhältst du das. Ähm. Okay. Kannst du das hacken? Ich habe noch eine Angst, weil ich sehe, man kommt dahinter sogar auf dem Viech. Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Rotig. Na, Schlichtwert. Hülse erhalten. Mut und Weisheit 2. Also, hackt er es jetzt nicht. Ja. Nein. Wo-jeits- O-de-dood-dood. Ich sehe es, Mann. Yeah. Voila. Okay Ich hoffe es hat euch gefallen die Folge Sehen wir uns am nächsten Auf Wiedersehen